recht herzlich willkommen zur folge nummer 23 auf planet nomads es ist 23 wir haben aus dem forum die information bekommen wo der speicherstand war unity 3d ordner war das irgendwo auf dem linux system und ja ich hab das dann auf das neuen computer transferiert und geguckt und so wie es aussieht ist die alte welt jetzt da aber die neue funktioniert irgendwie nicht ladebalken voll aber das spiel schaltet nicht um keine ahnung warum wieso und weshalb ob es ein bug ist oder alpha problem aber naja wir sind jetzt erstmal hier und gucken erst mal weiter gut gehen wir erstmal zu dem auto und das große auto was ziemlich langsam ist gucken wir mal bei bauern kleineres schneller was soll man überlegen und wir verändern was an dem auto und das ist leichter vielleicht wird muss man mal gucken gucken wir uns an so da steht ziemlich großes auto gegenüber dem was von einem neuen gemacht haben mal gucken dass wir darauf kommen das war wohl nix und jetzt können wir hier vielleicht zum rahmen machen dass wir in die mitte rausnehmen oder zwei drei vielleicht in der sechs teile die wir dann rausnehmen können da müssen wir was ändern das war jetzt verkehrt muss von der nummer auswählen und dann können wir mit rechts klick da teile entfernen zwei drei ist jetzt schlecht zu sehen irgendwie durch dieses bauteile nehmen wir mal ein anderes teil vielleicht die zwei ja das sieht besser aus so vier stücken weg da muss noch gehen ja und den auch da haben wir das weg gut dann gucken wir nach hinten einmal darüber springen und da sind auch noch zwei möglich nehmen wir die auch noch weg zwei gut ist auto leichter geworden vielleicht fährt es dadurch jetzt schneller mal gucken steigen wir ein ja im zweiten teil hatten wir das mit der abspeichern der welt vielleicht waren wir da mal zurück und gucken ob das hier auch ist da sehen wir ja dass dieser lichtstrahl generator da ist oder nicht und dann fangen wir da mal hin und gucken ob der übernächste glaube den nächsten müsste man sehen können noch oder weiß ich jetzt gar nicht mehr schauen wir sehen wir gleich erst mal drehen rückwärts fahren und hier ist der so weiter links vorbei da schickes lichter und wo ist der strahl da hinten ist er gut dann fahren wir dahin ja schnell ist er nicht 8 kmh ist nicht viel ne 5 4 wird kurz langsamer geht berg hoch oder was nichts dolles ja nicht schnell schön dunkel kann man nicht sehen paar bäume irgendwie oder so der lichtstrahl leitet uns hoch geht's wohl mal mehr mal weniger dauert natürlich 9 war schon nicht schlecht aber jetzt wieder 6 weniger werden 5 4 brosch im hals auch noch ja fahren wir da mal hin ich dachte das wäre der stern schnuppe weil es nur schnee der jetzt gerade fällt ja sieht schön aus ne bisschen heller wird es jetzt dadurch ein bisschen busch links oder sowas bisschen nach rechts daneben her und geht gar nicht voran das ist irgendwie ein rocken felsen auf erde da müssen wir rum rum lenken da ist ein busch auch noch drum rum ja da ist er da hinten das war hin das war hin räume so sieht so aus als ob wir näher kommen kann aber auch täuschen kann aber auch täuschen ja nebenher fahren geht grad nicht rüber so geht gar nicht jetzt 4 unter 4 km h schon entweder es geht steil hoch oder der Sprit ist gleich aller na wird ein bisschen schneller nichts anderes zu sehen gut ein licht dann kann es nicht mehr weit sein jetzt ist es ausgegangen tja tja aliens da oder so da links ist ein baum müssen aufpassen dann wollen wir los ne ach wir sind ja schon unterwegs gucken ich glaube da kann man jetzt erkennen dass das da vorne ist ne oder ein bisschen kommt der generator zum vorschein mal gucken ob wir dann auch einen sehen der dahinter ist ne wenn da noch ein strahl kommt dann ist der abgespeichert wenn nicht dann haben wir ein problem noch sehe ich kann ich sehe nix das ist nicht gut ne sind wir an einer stelle mit dem licht generator und der lichtstrahl ja lichtstrahl hm okay wir haben manchmal auch das schon nicht mehr mitgekriegt dass wir den strahl von dem vorher nicht gesehen haben können kann also sein dass er gleich doch noch kommt wenn wir vorbeigefahren sind mal schauen momentan sieht es nicht so gut aus oh da ist er okay das würde bedeuten dass die welt abgespeichert wird weil das ist ein ganzes stück weiter ja da können wir jetzt umdrehen und dann weiter machen oder schwer zu fahren ja da hin klingt so schnell ja aber diese mich wieder zurück die richtung müsste passen bisschen schneller grad sonne stecht auf schnee ist da auto fährt zum glück ein bisschen schneller gerade ja wann müsste jetzt dann mal was passieren ne kommt die ne kommt die ne und die war mal ich komisch das ist der richtige weg hier wo ist dieser lichtstrahl generator nichts zu sehen auf dem weg abgekommen aber so verkehrt ist das nicht dass nicht angezeigt wird die müsste davon ja wo kommen hmm Das fehlt. Wo ist der jetzt? Was ist passiert, dass der nicht mehr da ist? Hier geht es wieder hoch. Hier geht es wieder hoch. Wo ist das Ding? Ich glaube schon, dass wir hier in der richtigen Gegend sind. Wir sind da noch immer gerade ausgefahren, aber müssen wir jetzt gerade den Stein ausweichen. Einmal aussteigen, einmal gucken gehen. Kein Licht zu sehen. Nix hier. Auto steht da. Ja. Komisch. Keiner mehr hinten, keiner mehr vorne. Das Auto ist noch da, das Einzige. Irgendwas ist falsch gelaufen. Tja. Das ist nicht gut. Tja. Wie weit das weg ist, weiß auch keiner, aber eigentlich muss es schon da sein. Mach es weiter rechts. Das ist der falsche Weg. Hm. Nicht schön. Nix zu sehen. So. Dann denke ich mal, halten wir hier an. Aufsteigen. Und ich glaube, wir bauen jetzt hier mal eine Station sozusagen. Mal zusammensuchen. Den. Dann den Generator. Und. Nummer vier. Bauen wir. Die fünfte Generator. Drei das Licht. Dann müssen wir das verbinden. Licht und Generator. Super. Hauen wir mal ein paar Teile noch. Den dahin, den dahin. Cockpit brauchen wir noch. Und das hier. Nehmen wir alle. Den machen wir da hin. Noch Würfel. Ja, der ist das, glaub mir. Lass uns anfangen. Habe ja was vergessen. Den, den. Ja. Den. Bühne. Oder wie man das auch immer nennen will. Wo ist denn das jetzt? Utilities. Da. Jack Tool. Den müssen wir da auch noch hin machen. So. Dann. Die neuen. Haben wir. Die sechs. Das Cockpit. Drauf. Passt. Dann. Die. Äh. Acht. Teile. Um. Platz für die Generatoren zu schaffen. Und dann nochmal. So. Dingens. Hier. So. Axteile. Radaufhängung. Richtig rum. Zwei. Andere Seite. Wieder drehen. Zwei. Drei. Und vier. Dann. Die Nummer eins für die Räder. Eins. Dreht sich falsch rum. Aber muss es sein jetzt. Zweites. Andere Seite. auch da vorne. Passt. Die vier für den Generator da oben drauf. Noch der zweiten. Andere Seite. Irgendwie. Die. Passt. Der. Gott. Komisch. Zwei. Falt rum. Das geht nicht. Hm. Geht irgendwie nicht. Warum nicht. Mal gucken, dass wir hoch springen. Komm auf das Rad drauf. Ja. So geht trotzdem nicht. Auch schön. Hm. Tja. Konstruktion. Da. Mal was grün. Strom. Den. Da dran. Den. Zweiten. Irgendwie raus aus dem Menü. Mal. Das. An den. Fahrtrichtung. Ist auf dieser Seite richtig. Ja. Da muss eine Lenkung dran. Die beiden sind richtig. Hier auch. Die Lenkung. Und Radrichtung gedreht. Wunderbar. Hm. Ja. Die Lampe noch drauf. Baumodus rein. Und dann die beiden Lampen dran. Das müssen wir noch anschließen. Elektrisch. Einmal. Und von der anderen Seite. Das. An dieser Seite. An dieser Seite. Und jetzt. Irgendwas haben wir falsch gemacht. Achso. Da unten ist noch die Säbebinde drunter. Ne? Dann kann es auch nicht gehen. Da ist es. ok wird nicht schneller voll doof in teil 2 hatten wir noch so ein richtig schnelles auto hier geht nix komisch was falsch nennen das alles richtig hier ist auch so oder alles passend pedro kann man auch einstellen drei stufen da auch her so oder keine geschwindigkeit ändern interessant und soll das mal tun oder da auch umstellen ja aber schneller fahrt du da auch nicht das war nix und der mit dem das vergleich so schnell schnell auch schnell und da auch alles gut so da muss jetzt nur ach so dass alles anders das auch okay so dass wir noch mal checken drinnen fahren nichts hat sich geändert ja so ist das nicht gut ja und das ist klar das ist auch so das geht wohl also komisch auch der instrument beleuchtung also work out und so dass wohl Oh, 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 oh. ja aber ich denke das ist genug für dieses teil für diesen teil wir sehen uns in der nächsten folge tschüss